Das kann man ja nicht noch irgendwo anlassen? Die sind da drüben Fuck Was macht man so schlau? Einen Schuss für Ballast Ah Mann Alter, bin ich schnell Ich habe sie gehalten. Was für die Meden? Wir finden was, was wir brauchen? Ja, das ist unsere andere Problem. Mal schauen. Mal schauen. Wir haben hier eine kleine Schuss für uns zu finden. Wir sollten nur versuchen es zu öffnen. Wir haben keine andere Wahl. Okay, du kommst. Ich schau mal auf. Ich schau mal, ob ich etwas benötig finde. Ich habe es in der Mitte. Ich habe es in der Mitte. Ich habe es in der Mitte. Ich denke. Es ist wie ein Schraub von der Saft nach der Kameraden, dann aus der Tür. Was ist hier passiert? Was ist das auf dem Boden? Es ist ein Sonogram. Es sieht ziemlich stürz aus. Keine Chance, dass wir das öffnen können. Wir können etwas finden, um es öffnen, aber es dauert Zeit. Wir haben keine Zeit. Omid braucht diese Medizin. Wir müssen es jetzt öffnen. So schnell sind wir auch nicht. Können wir es nicht öffnen? Wollen wir auch nicht da durchgucken? Wie diese Kameraden sind. Es sieht aus, wie es eine ziemlich gute Sicht von diesem Kabel hatte. Ich wundere, ob es jemanden in den Kabel hat. Pankenakte. Es sieht aus wie ein Medikament. Es sieht aus wie ein Medikament. Es sieht aus wie ein Medikament. Was ist das daneben, Alter? Aha. Ich glaube, sie müsste hier ein Patient gewesen sein. Und was ist das? Ich denke, dass wir vielleicht einfach glücklich sind. Das wäre das erste. Wie kommt es? Wie kommt es? Lass. 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 Bin. Lass. 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 Gutؤ пишen. Lass. Das Interessante ist, dass wir es jetzt mal geschafft haben, uns mal nicht gegenseitig zum Verhecken zu bringen. Also es ist mal interessant zu sehen, dass wir es mal sogar überleben. Oder überlebt haben bis jetzt, ohne wirklich einen Toten. Ach so, um Mittels. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. The rules are very clear. The termination is mandatory. You don't have to tell them. Tell them it was just nausea. But you gave me something for it and it went away. This is my problem, not yours. If Oberson finds out that I concealed evidence of a pregnancy, I'm sorry, but these are the rules. I'm going to give you a sedative. It'll make the procedure easier on you. I don't want that procedure. I want my baby. I can't do this. I can't do this. Anna, you don't have a choice. Now if you like, you can take some time with this. But I need you to come back no later than tomorrow. Or I'll have no choice but to inform Oberson myself. I'm sorry. I don't have to take some time with this. I don't have to take some time with this. Damn it. We almost had it. What the hell kind of place was this? Like Molly said, the worst kind. Lee, maybe there's another tape. We gotta keep looking. I think I recognize that doctor. Er war einer der Walkers in der Alley bei der Auto-Shop. Vielleicht sollte man ihn suchen und sehen, was er an ihm hat. So, wie sollen wir denn bitteschön ganz zurückkommen? Aber da war doch der Typ... Oh ne, wir werden jetzt Probleme mit den Typen haben, wenn wir da sicherlich... ...ehhhhh... 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 ...ehh... ...okay... ...gutes Ende. Happy End. ...ehhhhh... ...und stampfen. ...dass Sie vielleicht einen Mann, der? Wer viele? ... ... ... ... ... Das ist vielleicht nur das, was wir brauchen. Und was ist das? Sieht aus wie einer Art Kode. Aber Vernon sagte, die Safe-Kombination waren nur vier Nummern. Scheiße, Zeit zu gehen. Das hört sich nicht gut an. Was sie dann noch weitermachen. So, wir haben jetzt nochmal eine Kassette, wir haben ein Blatt. Da kann man vielleicht was mit anfangen. Das ist der Tag, nach dem ersten, den wir gesehen haben. Lass es in. Sie haben eine Entscheidung gemacht? Ich dachte, du sagst, ich habe keine Wahl. Also, tecnicamente, du kannst. Du kannst die Pregnanzierung, oder leave Crawford. Natürlich, das wäre eine Todesendung für dich und dein unborn Kind. Vielleicht ist das besser. Ich habe alle Nacht gehalten, um das zu denken. Warum versuchen wir sogar zu überleben, um weiter zu leben, wenn es das ist, wenn es das uns braucht, wenn es das uns macht. Ich mache keine Regeln, Anna. Doktor, ich brauche dich, bitte, hilf mir. Vielleicht ein Tag, wenn Dinge anders sind, kannst du es wieder versuchen. Aber für heute, heute, müssen wir das machen. Was ist das wahrscheinlich passiert, irgendwie? Also, deswegen verrückt und dann... Ich denke, wir wissen, was mit Crawford passiert. Und mehr wichtig ist, wir haben die Kombination. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich würde sagen, dass ich zu viele Teore über das. Wir sind im Geschäft. Antibiotika, Morphine... Wir nehmen so viel davon, wie wir können. Okay, ich denke, wir sind gut. Das ist mehr als genug für deine Leute und meine. Wir gehen. Wir gehen. Ich möchte, dass wir nicht missen können. Ich werde gleich hinter dir sein. Keine Zeit. Das ist noch lange. Das ist Tag 82 seit der Ausbruch. 1547. Dr. Logan in consultation mit Patient Anna Correa. Warum? Regulations. Oberson hat mich zu halten, für alle Medikationen und consultations. Ich brauche dich, Anna. Die Sonnogramm confirms, dass du bist. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. As you know, die Regeln sind sehr klar. Die Termination ist mandatory. Du musst nicht sagen. Sie sagen, es war nur nausea. Aber du hast mir etwas für mich. Das ist mein Problem. Nicht dein. Wenn Oberson herausfinden, dass ich eine Beobachtung habe, ich bin sorry, aber diese sind die Regeln. Ich werde dir eine Sedative geben. Das wird die Prozedur einfacher für dich. Ich will nicht die Prozedur! Ich will mein Baby! Ich kann das nicht! Ich kann das nicht! Ich kann das nicht! Anna, du hast keine Wahl. Wenn du möchtest, kannst du ein bisschen Zeit mit dir nehmen. Aber ich brauche, dass du nicht nachher zurückkommst. Oder ich habe keine Wahl, außer mir zu informieren. Ich bin sorry. Hm. Hm. Phones probably haven't worked in months. Vernon and Krista already took everything we need. Was sollte er eigentlich... Na los, gehen wir raus. Ja. Jesus Christ! Oh, du hast Angst. Oh, du hast Angst. Du hast Angst, Ali. Wo hast du denn gemacht? Ein Bildschirm. Ich nehme die Batterie hin. Oh, ja. Äh, über das. Ich bin einfach so. Ja. Sie hat Nerven, Alter. Hier geht's. Was ist das? Nichts. Sicher? Es gibt nichts, was du mir sagen willst? Ja. Ich bin sicher. Sind wir fertig? Was zur Hölle? Ich denke, das ist unsere Aufgabe, die Hölle rauszukommen. Und? Ach. Oh, Jesus Christ! Wah! Jesus, du bist! Sorry, sorry. Ich habe einfach zu dieser palpe von Wasser kommen. Und jetzt habe ich jemanden. Ich habe noch nicht jeder verlassen. Kenny und ich ich noch nicht muss die Tür abbiegen um die Armoury. Er kam mich nach nach ryhen. für etwas, was wir nutzen können, um es öffnen. Ich habe das gefunden. Uh, Ben? Wo hast du das? Ich habe es gefunden. Es war in der Tür, am Ende des Halles. Oh, nein. Oh, shit! Lee! Shoot this fucker! Thanks. It wasn't me. We're going, kid. Nice shit. What? Uh. Du kannst... Alter. Alter Schwede. What the fuck is going on? They're coming. Oh, shit. That ought to hold them. Sir, but now how do we get out? Through the armory. We can just get this damn door open. Come on, damn you! This is my fault. All my fault. What the hell is he babbling about? Ben, we talked about this. No, wait. I want to know what he meant. What do you mean this is all your fault? Penny, I'm so sorry. I'm so sorry, man. Kid, this ain't the best time. Whatever you did, save it for later. Ben, we don't have time for this now. I'm sorry, Leap. I can't do this anymore. He's got a right to know. Know what? It's been me all along, putting all of us in danger. Katja and Duck, it was all me. It was all me. Wait a minute. What are you saying? It was me who made the deal with the bandits at the Motor Inn, slipping them supplies. I thought maybe I could keep them off our backs. When it got discovered, that's when they attacked. And that's when Duck... What? It's... Kitty, man. I agree with you. You should kick his ass. But now's not the time. I gotta focus on getting out of here. You little piss-hat! You're fucking dead, you hear me? Dead! My wife and child! You gotta both fucking kill! Kitty, listen to me. You can whoop his skinny little ass later. But right now, we gotta go! Nice grip. You got here. Not the time, Molly. If this asshole thinks he's getting on my boat after what he did, he's out of his motherfucking mind! You know Ben didn't mean any harm. He was just trying to help. And I'm supposed to give a crap about his good intentions? The boat's not big enough for all of us. Somebody's gotta get left behind. Might as well be this piece of shit right here! Well, I vote we leave him. I'm sorry, Ben. I know you mean well. But all I want to do is get back to Omine, and you put that at risk. Wait, don't I get a vote? Of course you do. And it's nice. He's my friend. We don't leave friends behind. That's my vote. On second thought, I think I'm gonna abstain. Lee? I've seen enough of Crawford to know that becoming like them is the beginning of the year. Ben. I vote Ben stays with us. What about the rest of us? Don't we get a second? I don't have anything to say. I don't have anything to say. Now can we go? Damn right! Vernon, come on! One person has a little less. Even if that wasn't planned. So much for the armory. What's left of it? I'll do it. You can do it. I'm going. I'll do it.